Äh, Szene 22, 1, Take 2, klar? Danke. Und bitte. Also Chef, Sie sind heute nicht ganz auf der Höhe, deshalb mache ich es Ihnen leicht. Ba, 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 ba. Ja, die Firma, für die wir arbeiten, die wir beliefern, ähm, Krippelkits. Die Firma heißt Krippelkits, ganz genau. Sie wollen ein Design mit dem Mittelfinger, so wie die Adidas-Kollektion mit dem Tennisspieler. Und die Firma heißt tatsächlich Krippelkits. Also Chef, Sie haben den Vertrag mit der Firma unterzeichnet und ich werde Ihnen den Mittelfinger liefern. Aaaaaah! Also Chef, Sie haben den Vertrag mit der Firma unterzeichnet und ich werde Ihnen den perfekten Mittelfinger für Krippelkits designen. Ich werde den perfekten Krippelkits Mittelfinger designen. Ich bin Ihr perfekter Mittelfinger für Krippelkits. Also Chef, Sie haben den Vertrag unterzeichnet und ich werde Ihnen den perfekten Mittelfinger Krippelkits designen. Style! Ich bin Ihr Mittelfinger als Chef. Sie haben den Vertrag unterzeichnet und ich werde Ihnen das perfekte Mittelfinger Krippelkits designen liefern. Ja. So sage ich es Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.